Ich überreiche dir das Mikro, du hast zehn Sekunden Bedenkzeit. Zehn Sekunden Bedenkzeit und dann geht's los, okay. Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt brauchen wir natürlich von dir, du kannst es dir aussuchen. Entweder kannst du was reimen, was singen, ein Gedicht oder auch einfach nur unseren Zuschauern total frohe Weihnachten wünschen. Ich überreiche dir das Mikro, du hast zehn Sekunden Bedenkzeit. Zehn Sekunden Bedenkzeit und dann geht's los, okay, kann ich ja. Weihnachten steht bald an. Hier ist es kalt, Mann. Mir fällt leider nichts mehr ein. Was ein Scheiß-Reim. Viel Spaß an Weihnachten. Diese Welt ist so groß und auch so klein. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin ein dummes Schwein. Man muss ja sagen, er wusste davon nichts. Also das war wirklich alles total spontan. Wenn ihr auch findet, dass er das super gemacht hat, dann gebt uns und vor allen Dingen gebt ihm noch einen Daumen nach oben dafür. Und jetzt die ganz große Frage, was wünscht ihr euch denn vom Christkind? Also was darf nächste Woche unterm Baum auf gar keinen Fall fehlen? Postet eure Wünsche hier in die Kommentare unter das Video und wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass diese Wünsche dann auch in Erfüllung gehen. Und wünschen euch allen vorab schon mal ein ganz, ganz tolles und gesegnetes Weihnachtsfest.